Es gibt ein Zeichen, an dem können Sie einen Narzissten ganz sicher erkennen und zwar auf der Stelle. Es ist ein Zeichen, das Ihnen sicher schon begegnet ist. Denn was tut ein Narzisst, wenn Sie ihm kritische und berechtigte Fragen stellen? Der Narzisst, der weicht aus, er weicht immer wieder aus. Und er tut das auf eine ganz bestimmte Weise. Ich werde Ihnen in diesem Video dreierlei verraten. Erstens, warum ein Narzisst Ihren Fragen ausweicht. Zweitens, mit welchen fiesen Techniken er es tut. Und drittens, wie es Ihnen gelingen kann, ihn doch noch festzunageln. Es wird ein sehr spannendes Video, das verspreche ich Ihnen. Mein Name ist Martin Wehle. Ich bin Auto des Buches, den Netten beißen die Hunde. Auch ein tolles Weihnachtsgeschenk für soziale Menschen. Und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie jeden Tag Ihres Jahres mit Tipps und Inspirationen versorgt. Link zu den kostenlosen Testtagen unter diesem Video. Stellen Sie sich bitte einmal vor, Sie befinden sich in einer Partnerschaft mit einem Narzissten oder einer Narzisstin. Und nun beobachten Sie, dass der Narzisst abends immer später nach Hause kommt, zuletzt erst nach Mitternacht. Es könnte sein, dass er eine Affäre am Laufen hat. Sie wissen es nicht. Angeblich hat er im Büro so schrecklich viel zu tun, weil er sich natürlich für den wichtigsten Mitarbeiter von allen hält und angeblich das ganze Schiff auf Kurs hält. Aber immer mehr kommt Ihnen der Verdacht, dass es einen anderen Grund für seine Spätheimkehr geben könnte. Denn Sie beobachten, dass er öfter als sonst auf sein Handy lukt und in Momenten, in denen er sich unbeobachtet fühlt, Nachrichten schreibt. Ihnen fällt ein, dass er bis vor kurzem noch sehr positiv von einer Kollegin erzählt hat, einer attraktiven Kollegin, die mittlerweile in seinen Erzählungen nicht mehr vorkommt. Als wollte er Sie verschweigen. Und nun suchen Sie das Gespräch mit ihm. Und das, was Sie jetzt gleich erleben werden, das können Sie auf alle möglichen anderen Situationen übertragen. Zum Beispiel hat jemand ein Gerücht über Sie in Umlauf gebracht und Sie fragen den Narzissten, warst du das? Und natürlich wird er ausweichen. Oder der Narzisst behauptet, einen wichtigen Topmanager persönlich zu kennen und Sie fragen ihn, wo und wann genau hast du ihn kennengelernt? Und wahrscheinlich wird er ausweichen. Und er weicht immer nach demselben Muster aus. Daran können Sie ihn erkennen. Und genau das müssen Sie verstehen, um ihn dennoch zu einer Antwort zu bringen. Also, beginnen wir mit der Situation, dass der Narzisst abends immer später nach Hause kommt. Zum Beispiel fragen Sie am nächsten Morgen, wo warst du gestern Abend? Die Arbeit hat länger gedauert, antwortet er. Aber du warst doch nicht bis Mitternacht im Büro, haken Sie nach. Ich sag doch, wir haben im Moment viel mehr Arbeit als sonst, deshalb ist kein pünktlicher Feierabend mehr drin. Du warst also bis nach Mitternacht im Büro? Ich war verdammt lang im Büro, das ist richtig. Ich habe gefragt, ob du bis nach Mitternacht im Büro warst. Du hast doch selbst gesehen, wann ich nach Hause gekommen bin. Dann kannst du es dir ja selber ausrechnen. Und es ist nicht zufällig so, dass du nach der Arbeit noch deine Lieblingskollegin getroffen hast? Es ist doch nichts dabei, dass ich mit ihr zusammenarbeite. Wir sind für dasselbe Projekt eingeteilt. Warst du gestern Abend noch mit ihr unterwegs? Wir haben zusammen Feierabend gemacht, das kann ich beschwören. Ich werde Ihnen gleich zeigen, wie der Dialog anders und wie er besser laufen kann. Es wird Ihnen schon mit ganz einfachen Mitteln gelingen. Vorher möchte ich eine kurze Analyse dieses ersten Dialogteils vornehmen. Was genau ist hier in diesem Gespräch passiert? Sie stellen ganz konkrete Fragen, aber er, der Narzisst, ergibt Antworten, die windelweich sind und die alles offen lassen. Erste Frage, warum tut der Narzisst das? Narzissen lieben es, andere Menschen in der Luft hängen zu lassen. Das verschafft ihnen emotionale Befriedigung. Wenn Sie etwas wissen, aber der Gesprächspartner, der weiß es nicht, dann fühlen Sie sich mächtig und dann fühlen Sie sich überlegen. Deshalb macht Ihnen das Ausweichen oft mehr Spaß als das Lügen. Sie lügen zwar auch, aber mit einer Lüge, etwa, ich habe bis Mitternacht gearbeitet und die Kollegin nicht getroffen. Mit einer Lüge wäre der Dialog ja sofort beendet. Dagegen führt das Ausweichen dazu, dass Sie immer neue Fragen stellen. Und das verschafft dem Narzissen ein Gefühl von Bedeutung. So nach dem Motto, ich sehe was, was du nicht siehst, ich weiß etwas, was du nicht weißt. Außerdem machen Narzissen sich oft einen Sport daraus, dass sie andere in die Irre führen, ohne ausdrücklich zu lügen. Dann begehen sie ihr moralisches Verbrechen, aber sie hinterlassen keine Spur. Also, niemand kann sie später festnageln. Und jetzt schauen wir uns den Dialog einmal näher an, nach welchen Mustern der Narziss Segen hält, ehe ich am konkreten Beispiel vormache, wie Sie diese Strategie ganz einfach durchbrechen. Also, Sie fragen, wo er gestern Abend war und er sagt, die Arbeit hat länger gedauert. Damit hat er Ihre Frage eben nicht beantwortet. Vielleicht hat die Arbeit eine Stunde länger gedauert und danach ist er mit der Kollegin in ein Lokal ausgegangen oder hat was anderes mit ihr getrieben. Aber er antwortet nicht, ich war nach der Arbeit noch zum Essen. Das wäre womöglich die korrekte Antwort auf die Frage nach dem Wo. Sondern er sagt, die Arbeit hat länger gedauert. Als hätten Sie danach gefragt. Oder Sie fragen, du warst also bis nach Mitternacht im Büro? Das ist eine geschlossene Frage, die sich nur mit Ja oder Nein beantworten lässt. Aber er, er antwortet Ihnen, ich war verdammt lange im Büro, das ist richtig. Als ob verdammt lange nun heißt, bis 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr oder bis nach Mitternacht. Das bleibt einfach offen und er lässt es bewusst offen. Wieder antwortet er, ohne Ihnen wirklich zu antworten. Und noch ein letztes Beispiel für dieses perfide Muster. Ich habe gefragt, ob du bis nach Mitternacht im Büro warst, haken Sie nach. Und er sagt, du hast doch selbst gesehen, wann ich nach Hause gekommen bin, dann kannst du es dir selber ausrechnen. Damit hat er immer noch kein Wort dazu gesagt, ob er bis nach Mitternacht im Büro war. Vielmehr erweckt er den Eindruck bei Ihnen, Sie würden auf dem Schlauch stehen. Schließlich können Sie sich die Zeiten selbst ausrechnen oder Sie seien durch Ihre Nachfrage übertrieben penetrant. Dabei baut der Narzisst auf einen Reflex, den wir alle aus unserer Kindheit mitbringen. Wir haben gelernt, dass man anderen, Zitat, kein Loch in den Bauch fragen soll. Wir haben gelernt, dass unsere Gesprächspartner, Zitat, nicht alles dreimal sagen. Und darum kommt der Narzisst so oft mit dieser perfiden Strategie durch. Er weicht einer berechtigten Frage mehrfach aus und dann gibt ein anständiger, ein empathischer, ein netter Mensch das Nachfragen auf. Das ist der Grund, warum Narzissten so oft durchkommen. Und warum gibt ein empathischer Mensch das Nachfragen auf? Nicht etwa, weil er denkt, der Narzisst hält den Druck nicht aus, vielmehr hält er selbst diesen Druck nicht aus. Es belastet empathische Menschen, wenn sie von anderen Dinge oder Informationen bekommen wollen, die die Ihnen ums Verrecken nicht geben wollen. Und jetzt mache ich Ihnen an dem eben gehörten Dialog vor, wie es anders laufen kann. Wie Sie den Narzissten doch noch festnageln können. Denn nicht Sie sollten sich schlecht fühlen, weil Sie nachfragen, das ist Ihr gutes Recht, sondern er, er sollte sich schlecht fühlen, weil er nicht antwortet und ausweicht, denn das ist manipulativ. Das beste Rezept, das besteht darin, dass Sie das Ausweichen konkret benennen und Ihre konkreten Fragen so oft wie möglich wiederholen, 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 so lange, bis der Narzisst nicht mehr ausweichen kann, ohne sich damit selbst zu entlarven. Dann läuft der gleiche Dialog in etwa so. Wo warst du gestern Abend? Die Arbeit hat länger gedauert, antwortet er. Ich habe nicht gefragt, wie lange deine Arbeit gedauert hat. Ich habe gefragt, wo du warst. Ich war bei der Arbeit. Du warst also bis Mitternacht im Büro? Ich war verdammt lang im Büro, das ist richtig. Ich habe dich nicht gefragt, ob du verdammt lang im Büro warst. Ich habe dich gefragt, warst du bis nach Mitternacht im Büro? Du hast doch selbst gesehen, wann ich nach Hause gekommen bin. Dann kannst du es dir auch selber ausrechnen. Es steht nicht zur Debatte, was ich gesehen habe oder mir ausrechnen kann. Ich habe dich gefragt, warst du bis nach Mitternacht im Büro? Sie merken es, hier ist eine andere Strategie am Werk. Sie benennen, dass er ausweicht und sie bleiben ganz hartnäckig am Ball. Und was können sie tun, wenn der Narzisst jetzt weiter ausweicht? Welcher Joker hilft ihnen dann? Ich werde Ihnen das gleich verraten. Vorher wieder eine kurze Analyse dieses Dialoges. Nun verändert sich das Machtgefälle im Dialog. Denn vorher, da war der Narzisst am Drücker und er hat Ihnen mehr oder minder unauffällig die wichtigen Informationen vorenthalten. Aber jetzt, da drehen Sie den Spieß um und jetzt machen Sie durch Ihre Antworten deutlich, dass eine andere Frage beantwortet wurde, als die, die Sie wirklich gestellt haben. Und Sie wiederholen die ursprüngliche Frage ausdauernd immer wieder und wieder. Und damit erzielen Sie einen zweifachen Effekt. Erstens spürt der Narzisst, dass Sie sein fieses Spiel durchschauen und zweitens gerät er immer mehr unter Druck. Nun haben nicht mehr Sie das Problem in diesem Dialog, sondern er hat es und er hat es sich auch reichlich verdient. Aber nun zum Abschluss zu der wichtigen Frage. Was tun Sie, wenn der Narzisst trotz Ihrer Taktik weiter ausweicht? Genau das werde ich Ihnen jetzt vormachen, indem ich den Dialog fortführe. Sie haben zuletzt gesagt, es steht nicht zur Debatte, was ich gesehen habe oder mir ausrechnen kann. Ich habe dich gefragt, warst du bis nach Mitternacht im Büro? Und ich habe gesagt, dass wir zurzeit mehr als sonst arbeiten müssen. Nun ist der Punkt erreicht, an dem Sie die Metakommunikation einschalten können. Sie sprechen also darüber, was Sie in diesem Gespräch beobachten. Das ist enorm wirksam und es kann zum Beispiel so klingen. Ich beobachte, dass du all meinen Fragen ausweichst. Du antwortest nicht auf das, was ich dich frage, sondern auf etwas anderes. Erklär mir bitte, warum du auf meine klaren Fragen keine klaren Antworten geben kannst. Nun sagt der Narzisst vielleicht, das ist doch Quatsch, ich habe jedes Mal geantwortet. Und nun können Sie zum Beispiel sagen, jetzt hast du ein weiteres Beispiel gegeben. Ich habe dich nach den Gründen gefragt, warum du auf klare Fragen keine klaren Antworten gibst. Und du hast mich darauf verwiesen, du habest jedes Mal geantwortet. Das habe ich nie bestritten, nur gingen deine Antworten an meinen Fragen vorbei. Und jetzt ist der Punkt erreicht, an dem Sie Ihren Verdacht offen aussprechen sollten. Zum Beispiel, ich habe den Verdacht, dass du eben nicht bis Mitternacht im Büro, sondern noch mit der Kollegin unterwegs warst. Ich kann mir sogar vorstellen, dass du mit ihr eine Affäre am Laufen hast. Und ich glaube, deshalb weichst du mir aus. Und jetzt fügen Sie einen ganz wichtigen Satz hinzu, nämlich, ich möchte nicht, dass du etwas dazu sagst. Du hast zwischen den Zeilen schon genug gesagt. Jetzt entsteht eine spannende Situation zwischen Ihnen und den Narzissten. Sie haben ihm das Wort indirekt verboten. Und was wird der Narzisst nun tun? Er wird reden, er wird mehr reden als zuvor. Und dabei plaudert der Narzisst auf Dinge aus, die er eigentlich nicht verraten will. Das kann Ihnen helfen, den Narzissen zu entlarven und vor allem das Band der Beziehung zu ihm zu durchschlagen. Denn wer unehrlich ist zu Ihnen, wer Sie an der Nase herumführt, der ist für Sie immer ein schlechter Umgang. Ein solcher Mensch, der verunsichert Sie und ein solcher Mensch, der zieht Sie runter. Sagen Sie, dass Sie Direktheit und Ehrlichkeit selbst geben und auch von anderen von ihm erwarten. Wer Spielchen mit Ihnen treibt, der hat in Ihrem Leben nichts verloren. Werfen Sie ihn raus. Und jetzt noch ein Video, das ich Ihnen dringend empfehle. Ich verrate Ihnen die heimlichen Anzeichen, die einen verdeckten Narzissen verraten. Klicken Sie das Video gerne in der Infobox und wir blenden es auch gleich noch ein. Und falls Sie so selbstbewusst werden wollen, dass Narzissen schon bei Ihrem Anblick zurückschrecken, dann habe ich jetzt noch einen heißen Tipp in eigener Sache. Wollten Sie Ihr Leben öfter schon verändern, gesünder leben, erfolgreicher leben, glücklicher leben? Aber dann sind Sie doch wieder in alte Gewohnheiten zurückgefallen? Meine 365-Tage-Challenge wird Sie garantiert zu Ihren wichtigsten Zielen führen. Ich begleite Sie jeden Tag, jeden Tag des Jahres, 365 Mal. Das sagen bisherige Teilnehmer, hier ein Ingenieur. Ich war verblüfft, als mein Chef mich gerade für eine Beförderung vorschlug. Er meinte, ich wirkte wie befreit und arbeite effektiver. Ich bin mir sicher, das liegt an Ihrer Challenge. Sie hat mich jeden Morgen daran erinnert, was ich im Job und dem Leben will. Ganz herzlichen Dank dafür. Oder diese Teilnehmerin schreibt, In den letzten Jahren hatte ich Stress und habe ungesund gelebt. Ich machte kaum Sport und ich aß ungesund. Doch seit ich jeden Morgen mit einem ihrer Impulse starte, lebe und esse ich bewusster. Ich mache wieder Sport und ich mag mich selber mehr. Das ist ein tolles Gefühl. Danke dafür. Oder hier noch ein älterer Mensch, der teilnimmt. Erst dachte ich, ich bin doch schon zu alt, um noch was zu verändern. Aber jetzt merke ich, wie gut mir diese Challenge tut. So habe ich den Kontakt zu einer Nervensäge abgebrochen. Und dafür ist ein neuer, ein wunderbarer Mensch in mein Leben getreten. Es ist großartig, lieber Herr Werle, dass Ihre Impulse mein Leben so positiv verändert haben. Testen Sie meine 365-Tage-Challenge jetzt. Die ersten 14 Tage sind kostenlos. Danach gilt eine 14-tägige Geld-Zurück-Garantie. Es braucht keine Begründung. Mail genügt. Ich möchte sicherstellen, dass Sie wirklich von dem Kurs begeistert sind. Klicken Sie jetzt den Link auf dem Bildschirm oder unter diesem Video. Machen Sie mehr aus Ihrem Leben. Bleiben Sie mir treu. Schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Werle